Das ist Stefan. Er fährt Porsche. Das ist Ben. Ben fährt auch Porsche. Zusammen teilen sie ihr Hobby. Doch was ist das? Eine Panne! Und nun ganz einfach. Der kleine Ben telefoniert mit dem Porsche-Autohaus Frankfurt. Porsche-Zentrum Frankfurt. Schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Hallo Porsche. Ben und Stefan fahren nach Frankfurt zu Porsche. Hier kann man großartige Sportwagen bewundern. Das Ersatzteil ist natürlich auf Lager. Und Ben bekommt seinen Flitzer direkt im Porsche Classic Partner Autohaus repariert. Nun kann das Abenteuer weitergehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017